Rapid ist bereits voller Tatendrang und läuft der neuen Saison entgegen. Ab sofort werden die Hütteldorfer in der Vorbereitung von einem neuen Mann unterstützt. Linksverteidiger Bolim, Bolingolim, Bombo wechselt von Klubbrügge zum österreichischen Rekordmeister. Er soll die Rapid-Defensive, die in der vergangenen Bundesliga-Saison 42 Gegentreffer kassiert hat, verstärken. Der 21-Jährige freut sich auf die neue Herausforderung. In der Frühjahrssaison ist der flinke 21-Jährige Belgier an Santruin verliehen. Bis dato kann der gelernte linke Offensivspieler über 58 Partien in der höchsten Spielklasse seines Heimatlandes und auf 17 Europacup-Spiele aufbauen. In der abgelaufenen Saison bringt er es auf 31 Liga-Spiele und auf einen Assist. Bolingolim, Bombo, der einen Vertrag bis 2020 bei Rapid hat, ist der Cousin des belgischen Wunderstürmers Romelu Lukaku, der beim FC Everton für Furore sorgt. Am 1. Juli kann Bolingolim seine Klasse beim Testspiel gegen Celtic Glasgow unter Beweis stellen.